Auf mein Kommando. Wir gehen hier rum. Ich glaube, der Weg ist kürzer. Ich möchte sie so schnell es geht vernichten, damit wir Ruhe haben. Wenigstens von einer Seite, weil das ist schon... Also ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass die so lospreschen. Gott sei Dank ist der Stufenunterschied zwischen unseren Einheiten und den H7 nicht mehr groß. In der Onyx-Bucht war das ja anders. Da hatten wir da wirklich mit Problemen zu kämpfen, aber hier ist das alles... Eigentlich alles im Rahmen. Diese Mumie macht mich ja irgendwie nervös. Da kommen sie ja schon wieder. Ich werde euch eine... einen tollen Empfang bereiten. Ihr Penner. Wo bin ich? Da bin ich. Komm her. Vorwärts, vorwärts. Auf mein Zeichen, schnell. Eiswelle. Zerhäufelt euch. Zerhäufelt euch. Das sind so viele auf Stufe 28. Es wird verdammt hart. Das Lager ist verdammt groß. Oh, Mann. Kommt ihr auf meinen Befehl. Schnell. Wenn ich die Wachen jetzt erstmal... Oh, Mann. Die hauen ja rein wie sonst nichts. Haben die Steroide gefressen oder was ist mit denen los? Ich darf nicht... Stopp, 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 stopp. Ich darf nicht... Nicht zu viel auf einmal wagen. Sie meinen es ernst. Ja, sie meinen es ernst. Aber du musst dich gerade mal abschießen lassen. Ein Gegnerangriff. Ich unche Blut. Jawohl. Zerhäufelt mit euch. Warum funktioniert diese scheiß Salve nicht? Sie meinen es ernst. Sie regt mich auf. Tote entfalten. Ich unche Blut. Auf mein Kommando. Geht mal bitte hier lang. Geht mal bitte. Alle hier lang. Hinter dem Haus. Geht's noch auffälliger. So, und jetzt zerstört mal bitte. Die Gebäude. Der hat offensichtlich Spaß am Morden. Ja, sie sind ohne Schutz. Urias und Aliyah. Warum macht ihr eigentlich nicht mal was? Krieg. Ich muss nicht zurückgreifen. Tue wieder vor. Lass dich an. Ich habe auch den Blut. Klamm rüber zu mir. V-Hers. Bringen wir es zu Ende. Lass dich an. Sonnenlicht, Sonnenrobe, Stahlfeuer und Diamanten. Nein! Das sind sogar die Meisterschütze. Ich zeig euch mal, wer ein Meisterschütze ist. Die wollen es jetzt aber wissen. Man, ihr steht da rum wie Ochse ohne Eier. Jetzt guckt ihr wenigstens in die Richtung, aber das ist trotzdem nicht hilfreich. zu den Waffen. Was haben wir hier? Kampf, Magier, Dingsl, Händler, Haube der Konzentration. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin schon auf halbem Weg. Ich bin schon auf halbem Weg. Ich bin schon auf halbem Weg. Ach, das brauchen wir ja für diesen komischen Händler da. Was tun wir hier vorhin? Für den Klam. Den schon auf halbem Weg. So, bündelt euch. Sammelt euch. Geh nach. Vorwärts. Erledigt diese H7-Meute. Auf mein Kommando. Und los. Klamm weiter zu mir. Verteidigt euch. Ein Gegenangriff. Klamm wieder zu mir. Krieg Pitschung auf halbem Weg. Reichen zwei Veteranen aus? Das ist jetzt die Frage. So, und jetzt schnell. Vernichtet einfach alles. Jedes kleinste Pisshaus. Wo sind die Gegner? Für den Klam. Zu den Laufenden. Die sollen sich ja nicht einfallen lassen, hier irgendwo nochmal zu spawnen. Wo sind die Gegner? So. Ich glaube, damit haben wir den Großteil geschafft. Verbesserung ist fertiggestellt. Ich habe kein Wort. Hier haben wir nochmal ein paar Gegenstände. Was tun wir, die wir vorhin? Ja, damit ist das große H7-Lager jetzt erstmal erledigt. Hier ist auch noch ein kleiner Weg. Wo führt denn der da noch hin? Wo führt das generell alles noch hin? Für den Klamm. Vorwärts, vorwärts. Bin schon auf halbem Weg. Orks, es geht heimwärts. Zu den Waffen. Da freut ihr euch doch sicher. Jawohl. Quest wurde aktualisiert. Ja, offensichtlich haben wir die Quest schon erfüllt. Da kann man nicht hin. Vielleicht kann man nochmal hier hin. Hier kann man hin. Das sieht so aus. Ich habe noch nicht genug Popo-Sand. Ich habe erst einen. Ich brauche vier. Oder? Vier. Wo soll ich die denn jetzt auch herkriegen? Vielleicht von dem hier. Also langsam macht er auch mit dem Bogen richtig Schaden. Das ist sehr erfreulich. Ob ich die alleine losschicken kann, ohne meinen Helden? Vorwärts, vorwärts. Da dürfte ja eigentlich nicht mehr viel sein. Kämpft. Warum stammt er hier? Was bewacht er? Vielleicht musste er mal Schiffen geben. Wo sind die Gegner? Bin schon auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts. Bin schon auf halbem Weg. Blind drauf losstürmen. Ich sehe nämlich gar nichts. Wo sind die Gegner? Tue, wie wir vorhin. Aber es ist schon auffällig, dass das eins der beiden Lager so sehr dominiert, dass das andere in weniger Zeit ausgelöscht wird.